Heute will ich dir zeigen, wo du ein einziges Häkchen setzen musst, damit du mit deinen Kunden, mit deinen Partnern, externen Teilnehmern innerhalb einer Office 365 Gruppe kommunizieren kannst und dort über die E-Mail Adresse der Gruppe. Mein Name ist Damian Gottskula und ich würde mich super freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren würdest, damit du solche und ähnlichen Tipps und Tricks zu Office 365 nicht verpasst. Natürlich gibt es einen kostenlosen Newsletter von mir wöchentlich, gerne abonnieren, dann natürlich Kanal mit schaffen und falls du mal hier und deine Frage hast zu Office 365, automatisieren, digitalisieren, schick mir gerne eine Mail, aber ansonsten, bevor wir uns wieder verquatschen, vorne weglassen, sofort durchstarten auf dem Desktop und zack. Ich bin ja schon im Outlook und heute geht es ja darum, im Outlook eine Gruppe zu erstellen bzw. eine vorhandene Gruppe zu verwenden und mit der E-Mail Adresse, die man innerhalb aus dieser Gruppe heraus bekommt, man bekommt ja, wenn man eine Office 365 Gruppe erstellt, bekommt man ja gleich quasi eine E-Mail Adresse, eine Gruppen E-Mail Adresse inklusive mitgeliefert und mit dieser E-Mail Adresse kann man erst einmal innerhalb der Organisation im Prinzip mit seinen Kollegen kommunizieren, aber mit einem kleinen Trick, wie gesagt, mit einem Häkchen kann man auch das Ganze aktivieren, dass man mit externen, mit Kunden gebündelt die Kommunikation an einer Stelle quasi macht zu einem bestimmten Projekt, zu einem Auftrag, zu was auch immer. So, darum geht es und jetzt wollen wir mal gucken hier, ich habe hier eine Gruppe schon mal so quasi vorher schon mal erstellt, ich will aber euch auch mal zeigen, wie man eine Gruppe tatsächlich erstellt und zwar indem man hier irgendwie auf eine Gruppe klickt, auf eine bereits vorhandene, dann sagst du hier neue Gruppe erzeugen und hier sagst du dann, wie soll denn die Gruppe heißen und da sage ich einfach, da soll ein YouTube Video oder machen wir mal Tutorial und hier unten drunter steht schon die E-Mail Adresse, die daraus erzeugt wird. Da solltest du natürlich darauf achten, dass die E-Mail Adresse nicht zu kurz ist, dass man nicht im Prinzip, während man die E-Mail Adresse eingibt, irgendwie 10 Tippfehler drin haben kann oder irgendwie sich verhaspeln kann, was auch immer, sondern einfach mal kürzer, vielleicht etwas kürzer, als das da oben drüber steht. Ich habe jetzt schon relativ kurz das Ganze hier, den Kanal oder den Gruppennamen, es geht aber auch ein bisschen länger, deswegen denk bei der E-Mail Adresse, nimm mal eine Abkürzung rein oder irgendwas Kürzeres, damit es schneller einzugeben ist, aber das nur mal am Rande. So, dann haben wir hier nochmal Datenschutz für die Gruppe hier an der Stelle. Das würde ich jetzt hier einmal eingeben und dann sage ich, ist das Ganze privat nur genehmigte Mitglieder, können den Inhalt anzeigen oder ist das eine öffentliche Gruppe. Das muss man im Prinzip letztendlich entscheiden am Ende und jetzt gehst du zum Schluss auf Erstellen und das war es schon. Und jetzt sagt er, welche Kollegen sollen denn dazu eingeladen werden und welche lade ich denn dazu ein? Ich könnte jetzt hier meinen Standardkollegen einladen, meinen Test, quasi Mitarbeiter und den sage ich jetzt, hier klickt er einmal drauf und sage Mitglieder hinzufügen. Dann habe ich jetzt erstmal einen Mitglied in der Gruppe, hätte ich jetzt theoretisch nicht machen müssen, aber ist ja für den Anfang ganz okay. Und schon habe ich eine Standard-E-Mail hier reinbekommen, wo mir dann erklärt wird, hier hallo, ich bin willkommen in der Gruppe. Das heißt, mein Kollege etc. hat das jetzt auch bekommen und der ist jetzt Mitglied dieser Gruppe. An der Stelle erstmal nichts Ungewöhnliches, aber wenn ich jetzt hier gucke, ich habe hier natürlich eine E-Mail-Adresse bekommen, ich habe einen Kalender, einen Gruppenkalender auf Sharepoint, einen Ablageort, Dateienort bekommen, dann habe ich Notizbuch und so weiter. Das ist alles ganz nett und jetzt gucke ich mal einmal, gehe mal über den Kanal Namen und bekomme hier wieder dieselben Informationen angezeigt, plus hier einmal eine Info, ja, im Posteingang nicht mehr folgen oder folgen. Das ist aber immer so eine Sache, will ich, will ich nicht. Aber interessant ist hier zum einen, wenn ich jetzt auf diese drei Punkte gehe, dann kann ich jetzt hier natürlich wechseln, Notizbuchplaner und so weiter. Aber ich kann jetzt hier sagen, Gruppe bearbeiten und dann kann ich jetzt diese Gruppe hier bearbeiten. Das bedeutet, dass ich natürlich eine Einstellung hier vornehmen kann, sei es, dass es schon eine vorhandene Gruppe im Prinzip ist, also es könnte schon eine Gruppe sein können, die schon da ist oder bei mir eine neue Gruppe. Und hier standardmäßig, wie gesagt, kann ich nur an Personen können, ist diese E-Mail-Adresse nur für Personen erreichbar, die letztendlich innerhalb des Unternehmens arbeiten. Und hier gibt es ein interessantes Häkchen, guck mal hier, Personen von außerhalb der Organisation das Senden von E-Mails an die Gruppe gestatten. Wenn ich da das Häkchen setze, dann ist ab dem Moment, ist diese E-Mail-Adresse hier auch von extern sozusagen erreichbar, von außerhalb. Und diese E-Mail-Adresse siehst du zum einen hier, einmal YouTube Tutorial Add und dann quasi den normalen Domain-Namen des Unternehmens danach. Und wenn du jetzt das Häkchen setzt, dann könnte jetzt auch der Kunde, der nicht logischerweise bei mir arbeitet oder in der Organisation hinzugefügt ist, der könnte jetzt tatsächlich eine E-Mail schicken. Ich bestätige das mit okay, das dauert, das kann unter Umständen mal ein, zwei Minuten dauern, bis das im Prinzip durchgereicht und die Server aktualisiert sind etc. Dauert keine Ewigkeit, aber wenn du sofort eine E-Mail da hinschickst, könnte sein, dass sie vielleicht noch als unzustellbar denn entsprechend zurückkommt. Aber ich gucke nochmal, welche E-Mail-Adresse, wo finde ich die, ach hier, da steht sie, ich kopiere mir die einfach mal hier so, entweder markieren oder rechte Maustaste und kopieren geht dann ja auch. Das machen wir mal weg, das war ein bisschen zu viel geklickt hier, einfach drüber, dann kannst du auch hier einfach direkt auf die E-Mail mit der rechten Maustaste klicken und dann E-Mail kopieren. Geht genauso, am Ende des Tages hast du eine E-Mail, die in Post, die sich hier entsprechend in der Zwischenablage befindet und ich wechsle mal als Beweis einmal schnell in mein GMX-Postfach im Browser. Und hier bin ich jetzt angekommen, ich bin jetzt im Postfach und hier habe ich schon eine neue E-Mail quasi erstellt. Ich über STRG und V füge ich das entsprechend hier in die Zwischenablage ein. Falls dich Tastenkombinationen interessieren kannst, kannst du gerne meinen Chatbot, also meinen kostenlosen Tastatur-Coach abonnieren. Den Link findest du hier unten drunter, dann schickt der Bot dir täglich unterschiedliche Tastenkombinationen, die du gerne ausprobieren kannst. Aber hier, das nur am Rande, ich gebe hier nochmal Test und Test quasi als wunderbaren Text für eine E-Mail ein und sage hier, was heißt das hier, E-Mail, wo ist das? Ach, da ist es, senden tatsächlich, zack, einmal absenden und jetzt gucken wir mal, jetzt wechsle ich wieder zurück in meinen Outlook hier. Und guck mal, kaum habe ich es nicht geschafft, hier zurückzuwechseln, schon ist die E-Mail gekommen, Test. Und das war jetzt definitiv von extern, von außerhalb von GMX-Postfach, nicht innerhalb meiner Organisation. Das heißt, dieses eine Häkchen an der passenden Stelle hat dafür gesorgt, dass ich jetzt von extern, von außen kommunizieren kann. Und das Wunderbare ist, ich habe für ein Projekt, das ich vielleicht für ein paar Wochen mit einem Kunden zusammen mache oder wo ich dann über irgendwas mich austauschen muss, kommunizieren muss. Das muss nicht unbedingt zwangsläufig in mein gemeinsames Postfach oder in mein großes Postfach sozusagen mit reinlaufen und ich das dann irgendwie wieder in Unterordner trennen muss und dann wieder irgendwo hin verschieben muss etc. Sondern lass das doch vom Outlook direkt machen, erzeug eine Office 365 Gruppe, die kannst du natürlich dann logischerweise weiterverwenden für SharePoint, für Teams etc. Das kann natürlich weitergehen, aber im einfachsten Sinne nutzt du das einfach, um mit deinen Kunden zu kommunizieren und gesammelt die Kommunikation im Outlook zu haben an einem richtigen oder einem gemeinsamen Ort. Ich wünsche dir mit diesem Tipp viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss.